Hallo zusammen, wir sind die KV-Lernende vom Kantonsspital Aarau. Ich bin Didem im ersten Lehrjahr und das ist mein Oberstifter Matthias im dritten Lehrjahr. Heute wollen wir euch unseren Alltag im Kantonsspital Aarau zeigen. Kommt doch mit! Die KV-Lernende vom Kantonsspital Aarau suchen insgesamt neun Abteilungen. Darum ist die Lehre so spannend und abwechslungsreich. Im ersten Lehrjahr ist man zum Beispiel an die Information mit Patienten aufgenommen. So lernt man zum ersten Mal nach der Oberstufe mit den Patienten ein fachliches Gespräch zu führen. Im zweiten Lehrjahr stehen mehr Zahlen im Fokus. Wir verbringen drei bis vier Monate im Inkasso und in der Finanzbuchhaltung. Im dritten Lehrjahr sind wir im Personaldienst und in der Abteilung Lohn- und Sozialversicherung. In dieser Zeit hat man viel Kontakt mit den Mitarbeitenden. Die Lernenden von dem Kantonsspital Aarau AG dürfen gemeinsame Ausflüge planen. So setzen sich zum Beispiel Schönerpraktiker, KV-Lernende, Köche, VG's oder Gärtner zusammen und diskutieren über zukünftige Lehrlingsausflüge. Wir suchen Menschen mit Herz. Gehörst auch du dazu? Dann bewirb dich beim Kantonsspital Aarau als Kaufmann, Kauffrau, EFZ. Tschüss zusammen!